Herzlich Willkommen zu dieser kleinen Ausgabe mein Senf und ich will mal ganz kurz meine Meinung zu diesem Fortnite ProSieben Thema wiedergeben, was ja gerade mal wieder durch die Medien geistert und man sich genau an dem selben blöden Begriff in Sachen Killerspiele aufhängt. Den genauen Spot und was da genau passiert ist, habe ich mir jetzt angeguckt und ich habe mir jetzt auch nochmal ein Video von den Gaming Clerks angeguckt, mein altes Netzwerk, Grüße dahin, werde ich euch unten mal verlinken. Die haben das Ganze nämlich nochmal auseinander genommen und erklären das nochmal ein bisschen detaillierter, aber ich will jetzt mal meine Meinung dazu loswerden und zwar ist das einfach, es ist wieder der größte Quatsch. Hier wird wieder mal auf die Mediengeilheit der Zuschauer gesetzt. Hier wird alles so zusammengeschnitten, dass es im Grunde völlig skandalös klingt und hier muss man dann sagen, wenn man nicht will, dass Kinder sowas spielen, dann sollte man sich als Elternteil auch darum kümmern. Das Spiel ist ab 12 freigegeben, weil halt kein Blut fließt und auch keine Körperteile so wirklich abgetrennt werden, sondern besiegte Gegner werden weggebeamt, fertig, aus. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich will generell nicht, dass meine Kinder so eine Spiele im Alter von 12 spielen, dann ist man halt dafür selbst zuständig und nicht irgendwie die böse Spieleindustrie und alles muss verboten werden. Das ist nämlich wieder totaler Quatsch. Das ist nämlich dasselbe Thema wie vor 10 Jahren, wo es aber um Counter-Strike ging und das Spiel war damals ab 16 freigegeben und hatte genau dasselbe Problem. Und jetzt bewertet man ein Spiel, was noch 4 Jahre, also ab 12 freigegeben ist sozusagen, also noch 4 Jahre früher gespielt werden darf und setzt dem genau demselben aus. Und das einfach mal, weil Fortnite momentan überall präsent ist. Das Spiel macht riesige Spielerzahlen und Epic verdient sich wahrscheinlich gerade einen Bunden damit. Und da sag ich einfach, was soll das? Ich meine, ich dachte, wir sind mittlerweile ein bisschen aufgeklärter in der heutigen Zeit, aber die Medien werfen mit exakt denselben Sätzen um sich wie damals 2008. Und ich habe es ja live mitbekommen und da ging es wirklich darum, dass man Counter-Strike generell verbieten will. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, heutzutage geht es einfach nur darum, um die Einschaltquoten ein bisschen wieder voranzutreiben. Jetzt sind natürlich alle wieder völlig schockiert. Mein Kind, mein Kind, spielt der das? Vielleicht macht das Kind doch auch gar nichts. Vielleicht spielt das seine Runden nach 1-2 Stunden, schaltet den Computer aus und geht dann. Wenn man jetzt natürlich welche hat, die dann ins Netzwerk gehen und da irgendwelche anderen Leute beleidigen oder anschreien, dann sollte man sich vielleicht als Elternteil mal selbst an den Kopf fassen und das vielleicht auch mal kontrollieren und sich vielleicht auch mal um sein Kind kümmern. Ansonsten bin ich der Meinung, ist das bald wieder geerdet, das Thema, das wird bald wieder abflachen und wenn nicht, dann zweifle ich echt langsam daran, ob dieses ganze Mediengedöns überhaupt mal gesellschaftlich irgendwann mal vorangekommen ist. Naja, was haltet ihr davon zu diesem Fortnite-Thema? Ist, wie gesagt, ganz groß und wie gesagt, die Gaming-Clerks haben das alles nochmal den ganzen Beitrag auseinandergenommen. Schaut es euch an, bevor ProSieben sagt, nee, das lassen wir jetzt sperren wegen Copyright-Gründen, denn genau dasselbe Problem hatte ich in meinen Anfangszeiten auch mit ProSieben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch den Daumen nach oben da und das Abo, das würde mich doch sehr freuen. Und wir sehen uns dann zur nächsten News wieder, die, denke ich mal, wird irgendwann heute Abend kommen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Video, ciao!